Vor langer, langer Zeit gab es einen großen Krieg, der sehr vielen Menschen sehr viel Traurigkeit bescherte. Kaum einer konnte sich daran erinnern, wie sich Glück anfühlte. Aber dann geschah etwas, das alles veränderte. Sein Name ist Christopher Robin, aber wir nennen ihn Billy. Ein Toast. C.R. Milne. Es half uns dabei, an das Gute zu glauben. Welchen möchtest du? Den da. Dieselbe Höhe bitte? Los. An das, was Spaß macht. Den magst du am liebsten? Ich entscheide mich für den Kleinen. Ferkel. Auf jeden Fall Ferkel. Und an eine Welt voller Fantasie. Schreibst du ein Buch? Ich dachte, wir amüsieren uns. Wir schreiben ein Buch und wir amüsieren uns. Und dann floss wie aus einer Quelle. Das Glück wieder in Strömen. Nichts. Untertitelung des ZDF, 2020